Hallo von meinem Schreibtisch. Das wird ein ganz, ganz kurzes Video. Ich möchte nämlich gerne wieder mal ein Q&A drehen. Und deswegen könnt ihr mir jetzt alle Fragen, die ihr so habt, unten in die Kommentare schreiben. Und ich werde das dann nächste Woche Mittwoch beantworten, hochladen, wie auch immer. Also nächste Woche Mittwoch seht ihr dann meine Antworten im neuen Q&A-Video. Ich freue mich jetzt sehr auf eure Fragen und bis dann. Tschüss!